Es gibt einen Gegner, mit dem viele kämpfen. Einer, der Automobilhersteller und Boxer gleichermaßen betrifft. Das Gewicht. So wie übermäßiges Gewicht einen Athleten bremst, verursacht es bei Fahrzeugen mehr Kraftstoffverbrauch und schmälert die Leistung. Ein Boxer kann eine Diät machen, ein Fahrzeug nicht. Eine Karosserie muss stabil und steif sein, denn Stabilität sorgt für Sicherheit und Steifigkeit für gute Fahreigenschaften. Ziel unserer Skyactiv-Technologie war eine 30% höhere Steifigkeit der Karosserie, erstklassige Crash-Sicherheit und 8% weniger Gewicht zu erreichen. Gelungen ist uns dies durch einen höheren Anteil hochfesten Stahls, der stabiler und leichter als herkömmlicher Stahl ist, durch leistungsfähigere und stromlinienförmige Geometrie und die intelligente Verteilung der Energie eines Unfalls auf die gesamte Karosserie. Unser Ziel beim Chassis war Gewichtsreduktion, mehr Mazda-typische Wendigkeit und mehr Stabilität. Unser schnelles Lenksystem macht uns agiler bei geringem Tempo. Die optimierte Vorderachse bietet größere Stabilität bei höherem Tempo. Für ein angenehm leichtes Fahrgefühl auf der Autobahn. An der Hinterachse wurden Neigungswinkel und Schwerpunkt der Aufhängungsstreben verändert, was mehr Stabilität und Dämpfung bringt und zugleich das Ausfiedern beim Bremsen reduziert. Große Innovationen verdanken wir unserer Herangehensweise, auf einem weißen Blatt Papier zu beginnen. Meistens werden Karosserien und Chassis von verschiedenen Teams, ja sogar verschiedenen Unternehmen zu unterschiedlichen Zeiten entwickelt. Diese herkömmliche Vorgangsweise führt dazu, dass Kompromisse eingegangen werden müssen, damit die Teile irgendwie zusammenpassen. Da unsere Karosserie- und Chassis-Teams eng zusammenarbeiten, müssen wir keine Kompromisse eingehen. Nächstes Beispiel, warum montiert man die Radaufhängung nicht an den Punkten der Karosserie, die für die Unfallsicherheit bereits vorgehärtet wurden, statt neue Bereiche der Karosserie zu verstärken? Ergebnis? 14% weniger Karosseriegewicht ohne Einbußen bei Fahrdynamik. In puncto Gewichtsreduzierung und Kraftstoffeinsparung haben wir erstaunliche Resultate erzielt. Aber Zahlen sind nicht alles. Bei einem Mazda-Pferd wünscht sich Fahrspaß. Auch das haben wir geschafft, denn das Fahrgefühl wurde spürbar verbessert. Punktesieg für die Mazda-Ingenieure, für clevere Denkweisen und bessere Lösungen. Boxer, wir sind euch voraus. Die Skyactiv-Technologie von Mazda. Leidenschaftlich anders.